So, Willkommen zum 19. Let's Play von Crash Bandico 3. Deswegen ist die Nashua jetzt dran, ne? Ja. Die erste Welt in Ege frisch. Ach hei, auf den Inseln. Ja. Auf zur Wüste. Darauf hast du immer dieselben Hinweise. Ja. Das ist normal, das war bei den Dingen normal, das hat man mal so wiederholt hat. Ach, okay. Du willst den Halle. Du kannst ihn nicht aussuchen. Aha, wenn man das nicht gewusst hätte, dann wäre klar. Das nehme ich meinen Jutus-Verstück. Da kannst du mir auch noch einen bauen. Ganz komisch hat sie da gemacht. Dann ist das. Genau. Fuck. Genau so. Ja, weg damit. Na klar. Okay. Das mit den Lesersuchen geht da jetzt. Ja. Ah ja. Die wollen die auch gespielt werden. Ne, heute nicht. Den Nusskopf. Den Klamm darf er schon in der Dynastrie. Okay. Na, das schmeckt auch nicht. Ne, knusprigen. Beutel dags wollen wir heute nicht essen. Genau. Hätte nicht, wir haben schon die Essen. Ja. Oh, na klar. Noch nur noch. Ja, geh doch mal runter hier. Echt noch. Rinder. Oh, na klar. Der zieht euch so. Der Sack muss auch nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hatten wir auch hier so getan. Und der hat uns gleich mal die Äpfel hier freigemacht. Ja. Sonst war Moose, wollen wir auch nicht. Ne. Ah ja. Geht ihr mal wieder. Hundertdags Moose wollten wir eigentlich nicht haben. Das ist auch schwierig jetzt hier. Ja. Ja. Boah, na klar eh. Erstmal lasse ich die zerstören. Ja. Genau. Da muss man nur genau treiben. Ja. Dann hätten wir jetzt das Ding rum abgefahren. Ja. Während von Rooms hat ihn was geworden wird. Dann hätt's Moose dags gesehen heute. Ja. Egal dags Moose. Ja. 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 Manche denken das ist ein krass manischer Teufel. Aber es ist ein Teufel da. Ja. Ach super. Ja. 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 Das war ja nichts mit dem geheimlichen Licht. Ja. Dann müssen wir voll noch was aktivieren. Ja. Das ist halt am Ende. ja klar ich habe gedacht da fällt nur einer von hinten ne da kommen gleich 2 jetzt wissen wir es der war wirklich gemein jetzt wissen wir es alles los das war richtig viel zu wissen uiuiui genau der war eine Luftgeflung zermatscht ein Luftgeflug gegrillt fehlt noch ja stimmt wofür spielst du mehr gegrillt noch ich hoffe du mag den heute nach so extra knusprig natürlich na ich wollte das dann nehmen ja das trifft da ja das trifft da ja das trifft da ja das trifft da ja das trifft ja das trifft da ja das trifft da ja das trifft da aber jetzt ist mein Mann dass die auch von dort kommt ja ja das trifft da jetzt trifft da ja da ja Checkpoint ja klar Ja, klar. Ich hab gesagt, wir wollen ihn heute nicht besuchen. Schmeckt doch gar nicht. Nein, alles noch. Ist wie das Öl, ja. Das ist nicht darf wie darf, die geblügelte Gefahr. Ja, richtig. Heute die Original-Zubereitung oder Extraktionsprecher. Die haben wir hier gerade nicht gehabt. Hier wollte ich jetzt. Oh ja, klar. Was soll das sein? Ey, ey, ey. Obst du die Schuhe fliegen nach oben? Genau. Ich bin gleich noch verschwört. Aber wir verlieren keine Leben. Das ist alles so gut bei den Bonuswelten. Ja. Wenn man keine Leben verliert. Das Leben ist jetzt zwar weg, aber das kriegen wir ja wieder. Ja, das ist im Schnitt auch neu. Ja. Das haben wir richtig viel, oder? Ja. Ah. Ja, klar. Ach, muss das Leben unter jetzt fallen? Ne, das Leben ist ja kaputt. Ja, das Leben ist ja kaputt. Entschuldige Sache. Ja, jetzt freuen wir so viel falsch. Ja. Ja, klar. Ah, ja klar. So, den wollen wir heute nicht, was wir haben. Ja, definitiv nicht auch gehen. Wo ist der da? Und irgendwo kommt noch Slaycard. Ah, der ist schon wieder. Hm, das ist gut. Ja, ich muss den in die Abführer rausziehen. Okay. Wahnsinnig schön, okay. Ach, der Blut. Mal gucken, ob der zwei Pfeil ist oder nur einer. Ist jetzt nur einer. Oh ja, klar. Drei, vielleicht zwei von den Pfeil. Dafür fressen wir zwei raus. Erstmal so. Können wir das noch haben wollen? Ja, so einfach. Also Platz machen kann man nicht. Ja. Ach, die sind da. Hey! So, was ist denn? Ja, gut. Was ist denn noch? Weil wir alle Kisten zerlegt haben. Okay. Ja, dann. Kannst sehen. Gut. Einer ist Zeit. Einer ist Kisten. Und einer ist für einen Geheimweg. Ja, nochmal sehr. Und dieses komische Blau Ding ist ja für die Zeit. Hm. Jo. Ups. Was noch was? Na wenigstens meine ich. Na wenigstens meine ich. Na wenigstens. Na wenigstens was noch was. Ja. Na gut, okay. Na wenigstens. Na wenigstens. Ja. Na wenigstens. Ja. Ja. Dann war es das doch für dieses letztes. Oh. Diese Welt. Die ist doch ein bisschen knackig. Ja. Bye bye. Blind. Und tschüss. So. Und tschüss. Und hop ja.